Hallo, mein Name ist Thor Alexander. Ich helfe Auswanderungswilligen auszuwandern und ihr Vermögen nicht zurückzulassen, sondern mit ins Zielland zu nehmen. Heute habe ich mir das Thema Was ist Geld? Was macht Geld? ausgesucht und ich möchte das mit einem Zitat beginnen. Und zwar von Amschel Mayer Rothschild, der im 18. Jahrhundert lebte und von Frankfurt nach Amerika auswanderte. Und er kam zu der Erkenntnis, gib mir die Kontrolle über das Geld einer Nation und mich interessiert nicht, wer die Gesetze macht. So und die Frage, der ich heute nachgehen möchte, wie gesagt, was ist Geld? Geld ist einerseits Glaubenssache, aber andererseits Geld ist auch Freiheit. Wer kein Geld hat, muss im Hamsterrad treten, um mehr Geld zu bekommen und auch um Freiheit zu bekommen. Und Geld hat eigentlich drei Funktionen. Die erste Funktion ist, Geld ist universelles Tauschmittel. Die zweite Funktion ist, Geld ist ein Wertmaßstab. Das heißt, ich kann den Wert jeder Sache, jeder Dienstleistung von vielen Sachen in Geld umrechnen und kann diese Sachen dann direkt miteinander tauschen, weil ich für deren Wert ein einheitliches Wertesystem habe. Die dritte Funktion von Geld ist Wertspeichern. Das heißt, Ziel von den meisten ist, dass sie Geld anhäufen und das irgendwo aufs Konto oder aufs Festgeldkonto oder aufs Kopfkissen packen, in der Hoffnung, dass es nächstes Jahr oder in fünf Jahren noch fast genauso viel Wert hat wie heute. So, also nochmal zur Wiederholung. Geld ist Glaubenssache und Geld hat halt nur einen Wert, weil wir daran glauben, dass Geld einen Wert hat. Der Wert von Sachen richtet sich nach der Umgebung. Also ein Glas Wasser ist bei uns wenig wert. In der Wüste ist das Glas Wasser viel wert. So, abschließend möchte ich mein heutiges Video mit einem Zitat von Henry Kissinger, gebürtiger Deutscher übrigens. Henry Kissinger war von 1969 bis 1977 Außenminister der USA und er formulierte es mal so, wer das Öl kontrolliert, der beherrscht die Staaten, wer die Nahrungsmittel kontrolliert, der beherrscht die Völker und wer das Geld kontrolliert, beherrscht die Welt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Abonniert meinen Kanal, setzt den Daumen hoch und folgt mir auf Telegram, auswandern, Geld ist die Telegram-Gruppe, Link steht unten drunter. Also bis zum nächsten Video. Die Partner Hier ist alle